Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Kitchen Talks. Heute ist Tag des Systemadministrators, deswegen gibt es heute ein Kitchen Talk Spezial mit Tim. Er ist nämlich Systemadministrator bei OrgaData und wir haben ein paar besondere Fragen für ihn vorbereitet. Magst du dich einmal kurz vorstellen, Tim? Ja, mein Name ist Tim Schilling. Ich bin IT-Systemadministrator bei OrgaData und ich arbeite im Technical Management. Und ich würde sagen, wir starten mal mit den Fragen zu deinem Beruf. Stimmt es, dass ihr nur arbeitet, wenn man ein Ticket erstellt? Ja, also wir finden es natürlich immer gut, wenn ein Ticket erstellt wird, denn dann haben wir schon so ein paar Informationen vorweg. Man kann uns natürlich auch anrufen, das ist gar kein Problem. Okay, also seid ihr auch ein bisschen flexibel, was das angeht. Ja, natürlich. Und was würdest du sagen, zu wie viel Prozent besteht euer Arbeitsalltag darin, Einzelcomputer neu zu starten? Ja, also dieses Klischee oder so, nenne ich es mal, trifft tatsächlich durchaus häufig zu. Manchmal, meistens hilft auch schon der Neustart. Dann funktioniert es wieder, jedoch leider meistens ist es doch ein wenig komplizierter und man muss sich das Ganze dann auch nochmal anschauen. Und ist es auch so, dass ihr irgendwie zu Hause oder bei Freunden auch für die Technik zuständig seid, weil die ja wahrscheinlich wissen, dass ihr da besonders gute Kenntnisse habt? Immer. Ja, okay. Egal was ist, du wirst direkt gefragt. Und ja, mittlerweile ist es in der Familie bekannt, dass ich das halt auch mache. Deswegen bin ich natürlich immer der erste Ansprechpartner. Und hast du irgendwie eine besondere oder eine lustige Anekdote aus deinem Arbeitsalltag? Gab es mal irgendwie so ein Erlebnisse, was dir im Kopf geblieben ist? Huh, ja, also einige Erlebnisse. So ein klassisches wäre, ja, sowas wie mein PC geht nicht an. Das gab es tatsächlich. Und ja, da war das tatsächlich kein Problem mit dem PC, sondern der Monitor war aus. Hast du da noch ein paar Chips, so als IT-Systemadministrator, die du an deine Kollegen weitergeben möchtest? Ja, wenn jetzt ein Problem besteht, zum Beispiel mit einer Fehlermeldung, dann würde ich auf jeden Fall erst mal direkt die Fehlermeldung festhalten. Das heißt, was steht da drin? Nicht einfach wegklicken und dann ist sie weg, weil dann können wir da leider nichts mit anfangen. Und ja, so viele Infos sammeln wie möglich. Das ist immer gut, weil dann können wir besser arbeiten und müssen nicht so viele Rückfragen halten. Okay, super. Dann danke, dass du heute dabei warst. Gerne. Wir sehen uns in unserer nächsten Folge von Kitchen Talk. Tschüss.